Lass mal gleich Juck holen. Ja, hol dir ja jetzt. Ah, er hat dich puriert. Das Polk ist scheiße eigentlich für sowas. Für sowas schon, ja. Hä, hab ich gerade für 250 gekauft? Ne, oder? Nein. Ich muss noch mal gehen. Du musst halt diese Waffen hier, Mann. Ja, ich wohne auch quick. Ich muss auch passen, dass ich hier nicht in diese Luken reinfalle. Longer Bleed-out-Time ist echt ganz cool. Vote-Kicker, ne? Hä, dieser Runde ist was anderes. Was ist das? Egal ein Geldzeichen. Ja, ich hab's dir doch gesagt, was es ist. Was hier noch mal? Was hast du Dings? Ähm, wenn du stirbst, du kommst die Hälfte aller Punkte zurück, wie du anfängst, äh, ausgedritten hast. Hinten die können. Hab ich ja doch gesagt. Ah, das war das. Wunder. Okay. Ab der Besatz bei diesem C4. Ich hab mir jetzt C4 geholt, Jungs. Diese Skilette, ja? Kann man ja aktivieren. Ja. Und dann reden die. Oh. Oh. Das müssen wir gleich mal machen. S-Immer. Egal, ich müssen Hunde kommen, ne? Ja. Eine Miss-Runde kommen sie. Ja, war ein 15. das letzte Mal. Ey Jungs, die Zombies kommen hier immer näher, was ist los? Ja. Keine Sorge, ich klär das. Keine Sorge, ich klär das. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. die sind dass du das jetzt ich habe das das weiterfühlt das war doch von mir das ist auch so du bist er hat jemand wenn du bist der soviel schnitzelt und so weiter guckab die mädel mädel 13 die megalogen und wieviel schuss sie hat jungs aus die pp die moderne pp hat die runde zu lösen das ist ja ein bundesmagazin deshalb hat er so viel irgendwer darf ich kann ich kann mich unmöglich durchkennen dennoch sind noch 80 jetzt haben wir kommen laufen wir durch ich bin das kostet ich bin komplett fertig ausgeneigt ich habe auch keine moni mehr oh digga wir sind so tot hier warte ich kann neifen komm ey noch ein paar punkte das ist echt ein gut neftager 20 punkte ok so jungs jetzt habe ich das größte portmonee danke dir jetzt kann ich 5000 punkte haben ich komme hier nicht mehr raus halt ich war auch mit demfkopf hier raus oh digga ey jungs ich habe 0 0 0 ja warte mir auf ich gehe erstmal zur Schatzkiste die hat doch irgendeinen Sinn oder nicht nächste runde kommen hunde aber wir brauchen money für die wo ist in die kiste ja ich kann mir leider keine kiste leisten man nicht mehr ein zombie töten aber ey der darf euch auch nicht berühren das zombie ich schon wo ist die kiste die ich darf er berühren ja ich habe das perk nicht ich darf er nicht berühren ah hier ist sie oh mein hast du crossbow crossbow ja affen er hat mich berührt ich sage es auch nicht komm einmal geht noch da war eine vr11 digga die vr11 ja vr11 hold anaconda er bin ich der einzige mit dem maximum portmonee ja hast du gesehen kevin na habs gesehen runde kommen jetzt wahrscheinlich ne ah ich komme schon wieder zurück wir müssen dann halt alle irgendwie helfen ah ich helfe nicht wir können das nicht ich habe nur eine anerkunde aber wir schaffen das nicht mit dem extra perk ist ja schon egal oh vor allem keine ahnung bin zufrieden mit dem perk sie ist ja wahrscheinlich hat er nicht von euch ne ich auch nicht glaube ich ja ich habe gewonnen das spiel jawohl perxlo echt ich habe damage schon ich muss auch meine 1 auch schon haben ja ja wie beide ich bin ich bin ich bin ich bin jungs hier jetzt gehts auch da um die ich bin jungs alter hier ist totale eskalation und dann hätten wir das wir alle bitteschön aber die gibt es trotzdem noch spiel noch mal warten wir sind toll an der Kunde wird sich an wie eine desert die Gilt weiter hat man hat auch zu Ende zu viel ohne das kann ich mir Kisten leisten Oh, ich auch. Ich geb jetzt die Sniper weg. Oh, Muni! Jo, kannst du. Uh, ne FMG9, ne? Ja, hab ich gekriegt. Mal gucken, was ich mir jetzt für ein Perp-Cola... Ich glaub, die Cola. Aber von automatisch. Was hast du? Oh, du hast die Gleitschwaffe bewegt. 2Z-Laser, ne? Colt Anaconda. Dir ist nicht gut, sagt er, ja? Jungs, soll ich nochmal das Spiel spielen? Dann müsst ihr mich aber beschützen. Kannst du ja in der Runde noch machen. Ah, wo war Quick-Revive? Äh, irgendwas rum. Zu spät, zu spät, zu spät. Ey, Jungs, wir sind ja gleich Runde 24, ne? Dann sollen wir ja da hochgehen. So, wenn das nix bringt... Keine Zombies. Da müssen wir uns mal hier den ganzen Skelett anholen. Äh, das Skelett anholen. Was die uns zu sagen haben. Ja, wir müssen uns öffnen, ne? Ja, ja, ich weiß. Auch dann ist der Konzent der Silber eben. Ja, wer macht denn hier den ganzen Kloch mal? Du hast Martin, ne? Ja. Ja. Ich seh Kevin gar nicht mehr. Da rauf und getrunken. Wow, da kommen die aber ran hier. Naja, weil ich brauch ne andere Leute. Dieser Warte hat einfach so verdammt viel Munition. Das ist so, wie ein Tito auf Hardcore spielen. Das ist so, wie ein Tito auf Hardcore spielen. Nur durch ein Tito. Ah, hier bekomme ich jetzt ne Waffe, Jungs. Das ganze. Jetzt bekomm' wir ne Waffe? Ja. Oh, dann halt mal die raus, die ich weggegeben wollte. Eine Upgraded zur Waffe. Ja? Ja. Oder wird die Upgraded. Free Weapon. Unlocked as Free Weapon. Ja, jetzt können wir hingehen und punchen. Umsont. Meinst du? Ne. Toll, ich hab Geld gezahlt. Das sind Yuk. Das sind Yuk. Ah, hier bei der Sch-Kraftskiste. Bei der Sch-Kraftskiste? Oh ja, es ist gerade Skorpion. Ey, die ist automatisch. Jungs. Ich punch euch die Colt Anaconda. Oh mein Gott. Die, 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 die... Die, äh... Was kann ich sehen bei dir auch blau? Ja, die, äh... Skorpion, ne? Ja. Ja, wenn du kannst zur Sch-Kiste gehen, den Skorpion holen. Gepanscht. Bist du gut? Jaaa... Keine Ahnung. Schon, ja. Vielleicht auf jeden Fall. Ja, das haben die doch mal geil gemacht, oder? Die Idee. Richtig geil. Die Colt Anaconda Jungs, gepuncht. Ah, ich krieg keine Pumpe, aber Oh, der ist im Time-Office Oh nein Typisch, Alter Guck mal, ja, ist auch ins Spiel Aber vielleicht schafft er sie da rein Ah, kann sein Oh, so typisch Ah, ja, das war, glaube ich, auch da, als er das mal rausgekommen ist Ja, na, ist das Oh, nächster Oh, ja, Mensch Ah, hinter die Gate, Jungs Ich glaube, wenn man kurz den Rollet Hinter den, hinter den Wo ist die Box? Die war jetzt in der Mitte Also, in der Mitte, also Über der, wo sie am Anfang war Ah, okay Ich komme ja gar nicht, ich denke, ist schon möglich Alter, die Schnee, die spawnen, hält ihr das? Ja, ja, ich weiß Ey, noch 440 Zombies Warte, was gibt es denn, wenn man das Spiel nochmal spielt? Ich versuch das auch mal Kann man, glaube ich, als nächste Runde, oder? Ja, ich konnte Ah, okay Ja, wie viel Zeit haben wir denn dafür? Keine Ahnung, ich habe nie gespielt Oh, Hilfe Oh, Kevin, kannst du da raus, das ist ein Spiel, oder nicht so? Oder müssen wir hier regeln? Ja, regelt bitte Rat den Trailer an, einfach Ich muss immer die Mitte treffen Von dem Spiel Von so einem, ich weiß nicht Nur dann ist alles gespielt bis jetzt Ich bekomme gar kein Geld mehr, Alter Jawohl Ich gehe mal Kiste, glaube ich, oder? Oder soll ich mir Perks holen? Weiß ich nicht Einmal Kiste soll ich mindestens Ah, Bullseye, Alter Es gibt extra Punkte, wenn du Bullseye triffst Okay Oha, wo ist die Kiste denn? Ah, da oben ist sie Die ist oben in der Mitte Alter, da steht Man, man kann hier mit das Endgame erreichen, Alter Ja Ja, steht da Nein, ich bin runtergefallen, meine Waffe Nein Auf Hey, Jungs, wir müssen das hier schaffen, damit wir Endgame erreichen Oh, Scheiße Oh, ich habe sie noch Ich habe eine Saiga 12, Kevin Erinnerst du dich noch? Äh, ja Eine Saiga 12 Pascal Ja Wir müssen dieses Spiel machen Open Endgame Hast du das jetzt schon gemacht, oder? Ja, versuch mal, du es noch kannst Okay, kenne ich nicht Open Endgame, oder was? Ja Dann machen wir das dann nächste Runde mal am Ende Das ist der, äh, Grand Prix Ich weiß noch nicht, Perks, genau Loll, was ist mit Polo? Guck mal, was gab es denn noch für Perks hier? Gründerer gab es, oder? Ja Ist er ja nicht so gut, oder? Ich weiß es Ich denke, der Blünderer lohnt sich Ich weiß es nicht Vielleicht habe ich auch die Saiga 12 Ich habe sie nicht mehr Ähm Nein Genau, sah auf jeden Fall geil aus Warte mal Oh, danke, Fein, was habe ich in der Box? Äh, ich glaube, weiß es nicht Ich glaube, die moderne Pipi Ich glaube, das ist auch die moderne Pipi Weil er nämlich lacht, wenn ich sie kriege Oh Ich glaube, das ist auch die moderne Pipi Weil er nämlich lacht, wenn ich sie kriege Äh, zwei Visiere Ah, ja, 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 klar Wo man drücken kann, damit man aufs Oberrall oder aufs Oberrall Ja, genau Das habe ich auf der Tiefe Handrate und Double Damage for Bullet Äh Bullet Managed Weapons Also, das habe ich auf 2.0 Okay, das brauche ich Wie toll ist das? Äh, 5000 irgendwas Äh, 500 irgendwas Ja, habe ich mir geholt, Alter Ich habe so ein dickes MG, ne? MK14 mod 1 Woah, das ist von MW3 Oder von MW2, er kann nicht hören Oh, wie schnell das, ja, ja So, Jungs, Alter wir müssen dieses schießspiel schaffen und wir müssen wohl sein treffen was kann das ist das beste eben von uns oder martin überlegt ja ich aber das war das am ende der runde mann ob man die weltweite stellen müssten wir nicht am ende machen aber können wir machen können wenn wir verteidigen so oder ja glaub schon ich weiß es nicht man muss erwarten es ist so gut die marktu ja die ist schon stark nicht oder wenn ich dann punch die so macht ihn was du die bison okay du machst jetzt das spiel los geht's viel glück du musst brösail treffen die mitte das wäre perfekt na ja ja damit bringt es alter hast du magst hieß martin? ne 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 ah nee das kann na egal dann punch ich halt Wenn du blockst, bekommst du das sehr easy. Ich attacke die Mark II aus, jetzt. Alter, rasiert die da. Oh, die ist verdammt schnell leer, glaub ich. Hinter dir. Ich bin komplett leer. Du bist komplett leer? Ja. Ja, warte, ich muss da mal die Waffe punchen. Pascal ist denk ich noch gleich fertig. Wäre richtig krass, gerade vom Aim her. Hä, ich hab's nicht geschafft. Warte mal, Score. Nein, 3900 von 4100. Ne. War ja nicht getroffen. Oh man, nächstes Mal schau ich's. Oder wenn du willst, kannst du auch mal, nächstes Mal. Ne, ne, mach du mal. Du hast Counter-Strike-Game, Alter. Alles getroffen, aber keine Ahnung. 2 mal nicht oder so. Jetzt. Olle, die Sky ist so stark, Mann. Ja, die neue, die moderne Pipi, Alter, gefällt mir richtig. Die würde ich gerne bei Backups 3 haben, Mann. Ja? Die moderne PPSH. Oh ja, das wär geil. Was, was, Mio? Was? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017